Moin Leute, willkommen zurück zu God of War. Ragnarök. Röck, röck, röck. Röcki die Röck. Willkommen zurück. Wir machen heute den letzten Gesang der Riesenqualle. Es sind ja zwei. Rein zufällig brauchen wir für die zweite Freya. Also, ja, es ist doch merkwürdig. Okay, wo war ich? Hier hoch. Ach, ja. Oh. Wie machen wir das? Oh. 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 dann komme ich jetzt zurück richtig war doch so dann komme ich wieder zurück also muss ich eigentlich von da oben ja guck mal man kann hier irgendwie hoch hier ist was denn hoch mh 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 den nach oben mh 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 Aha, wieso wollte er vorhin denn nicht? Sollen wir erst mal gucken, was da ist? Ich gucke erst mal hier. Aha! Oh! So! Zack, ich bin God of War-Fan, aber ich habe nur nicht mal diese rote Rüstung fertig, deswegen überlege ich vielleicht, machen wir das auch nochmal. Okay, erst mal gucken. Zack. Das ist ja eine Zeichnung, ist mir jetzt aufgefallen. Okay. 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 Soll ich mal unter der Falle eben, da ist das da? Ja, jetzt wird es ein bisschen schwerer, das merkt man glaube ich sehr gut. Jetzt war die Riesenqualle. Das Ding ist, hier ist ja alles eingeknotet wie sonst was. Was ist denn, meine Arzt? Ich muss doch immer was finden. Entschuldigung! Ach so! Ich gucke noch das Ding! Ach so! Entschuldigung! man muss diese drei du fühlst mich doch voll verarschen richtig nicht weg da steht die qualle davor das ist ein kampf das wird ein krampf das gibt es ein krampf da kann man hier irgendwo runter da kann ich mich hier irgendwo an der seite herange oder sonst was aber mal so einer ist weg fast geschafft das ist immer noch ein kompletter knotenkampf hier nicht mehr so ok der ist auch weg so jetzt wird es ein bisschen schwerer weil ich meine hier sind ja drei und hier ist nichts mehr ja so ja ja da ja 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 Wie lachst du denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das sieht so geil aus. Nur für dieses Pool wurde ich angegriffen. Hm. Hm. Oh. Ne Maischer Schlag. Boah. Ich frage nicht. Ich frage einfach nicht. Die kriegt natürlich zwei Fähigkeiten, aber die Axt braucht zehn Jahre, um eine neue zu kriegen. Oh, weil unten ist ja eine Kiste. Brauche ich. Muss ich haben. Hm. Mhm. Hm? Eine Geschichte. Ein Zeitvertreib. Ich weiß den Gedanken zu schätzen, aber... Deine Geschichte. Was ist mit meinen Geschichten? Ich würde sie nicht gerade trösten, ja. Stimmt. Mimir ist der bessere Erzähler. Ah, nicht zu bescheiden, oder? Du hast es seit den lakonischen Fabeln weit gepackt. Schon gut. Erzähl die Geschichten, Hathos. Nur die Kante des Schmutz konnte seine Kiste öffnen. Er stammt, als er sie von denen schützen wollte, die danach trachteten. Ja, immerhin ist die Geschichte nach. Hm. Ja, vielleicht. Vielleicht ist es doch einfach eine Lüge, wer weiß. Vergessen halte ich nix mehr. Aha. Ich fände oldschool hoch. Und heute meine ich, wir zerstellen alles, was uns in der Quere steht. In der Quere steht. Hm. Ob ich wieder umkreis? Oder? Okay. Ich glaube, schon wieder umkreis hier. Ja, wo ging es hier nochmal raus? Boah, sammelt doch dieser Scheiße ein. Mensch, wir sind hier in der ersten Folge reingeklettert. Riegel. Wir haben Alphains Gastfreundschaft wohl überstrapaziert. Mal so. Föser Treffer. Bist du in Ordnung, Hathos? Aber süß. Boah, ich liebe diese... Diese Klingenkraft ist geil. Habe ich das schon mal erwähnt? Was sind das denn für rosigen... Rosigen Käsebrötchen, Alter. Geiles Fisch für YouTube, ne? Wir haben heute den dritten, zweiten. So. Da sehe ich wieder einen Raben. Und das war zu hoch. Ein weiterer für den Baum. Ich wollte ja wirklich keine... Scheiße. Okay. Ich finde das Spiel eigentlich geil ist. Aber was machst du, dass wir diese Quallen... ...weiter abgeschlossen? Wenn meine Geschichten kein Trost sind, ...tröste dich vielleicht, dass du nur das Beste für deinen Sohn wolltest. Selbst diese Kreaturen wissen, Eltern bleibt kaum eine Wahl. Du bist nicht allein. Nein. Und sie sind es auch nicht mehr. Wow, ist das echt schön. Das Lied der Sande. Boah, jetzt werde ich auch noch rührselig. Es ist wunderschön. Danke, Kratos. Dieses Land sinkt wieder. Wir haben hier Gutes getan. Macht's gut, ihr beiden. Ich hoffe, ihr findet Frieden. Wir bleiben doch noch, oder? Wer weiß, was uns in einem neu erleuchteten Ödland alles erwartet. Ich hoffe, die finden Frieden. Sondern zwei süße Beschöpfe eigentlich. Eine Statue meines Bruders. Ein Pizarro. Dich, ja, selbst ihr Bruder hat einen Scheiß. Alter. Ah, ich muss ganz so runterkommen. So, mit Schwung. Die Stattuhr hat Freyas Abwesenheit überdauert. Der Frieden jedoch nicht. Denkmale sind sinnlos, wenn ihre Botschaft ignoriert wird. Er hat den Frieden nicht nur durch Diplomatie erreicht. Seine Göttlichkeit, seine Präsenz. Er hat das Land geheilt und den Frieden erliefst. Als er ging, du musst gewusst haben, was passieren kann. Tja, er hatte gute Gründe. Ein Schwachkopf hat seine Schwester überredet, einen Irren zu heiraten. Ja, und wer war der Schwachkopf mit mir? Ich bin mal Ohr. Ich bin mal da rein. Ich bin mal da rein. Das ist immer ein Volk besser als gemeißelter, gut beleuchteter Marmor. Ich bin mal da rein. also ich brauch drei ungefähr na gut die einreihen anderen wenn ich gerade gesehen habe und zwar hier es ist so ein geiles spiel immer noch egal ob nebenquests oder keine nebenquests spiel hat es geil in sich also nicht mehr spielen wir heute mal anscheinend können wir jetzt auch die inschrift lesen das licht der kristalle es ist jetzt im sand sie mal eine an freieres gabel ist ein geschenk das ist nicht witzig das war es mit der folge god of war ragnarök in der nächsten geht es weiter bis nächstes mal haut rein und schieß